Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Kaizo. Wir waren zuletzt hängen geblieben hier, als wir uns mit dem Rocket... Rocket Akorriple angelegt haben. Ah, diese Seite haben wir doch auch schon mal gesehen. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Okay. Ich komm nicht vorbei hier. Ja, ich werde sicher hier durch müssen. Jetzt ist die Frage, dieser Teil der Höhle geradeaus oder hier nach hier drüben? Ich komme auf beide Seiten. Ich gehe mal hier durch. Okay. War eine Obvious Trap. Ich bin voll darauf reingefallen. Gut. Ja, man muss sich alle Möglichkeiten offen halten. War natürlich völlig gewollt. Das ist die Quittung für den Scherz über die Anpassung an das CO2. Gebe es ja zu. So. Ja, also, ich bin ja... Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja zwar toll, dass er sich hier was nach ausgedacht hat, aber ich bin nicht so Fan von diesem... Also ganz schlimm war ja bei Kaizo Crystal, da hat er sich ja selber übertroffen. Der war... In meinen Augen war der schlimmer. Hat mir mehr genervt als... Als... Als hier. Aber hier gibt es jetzt hier... Ach nee. Ja, er muss das Trauma... Muss er wieder aufleben lassen. Okay. Ähm. Ja. Das kann jetzt einige Zeit dauern. Okay. Ich glaube, man hört hier ein Wallreiser. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Gut, wir probieren es einfach. Aha. Und dann so... Ah, so kommt man dann zu der Höhle hin, oder? So, hier kann ich... Hm, es sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Wo komme ich denn hier hin? Nirgends. Nirgends. Ähm. Ah, da ist so eine... Kleine... Okay, so... Das sieht doch mal... Hm. Hm. Das ist jetzt die Frage, ne? Oder wäre ein eisfreier Block gewesen? Hm. Bin ich wieder hier? Ich muss es irgendwie schaffen, dass ich so hier alles nach unten komme. Dann irgendwie so nach oben, aber kein Schimmer, wie ich das hinkriege. Okay. Ja. Hm. Ja, das ist wieder eins, die... Ja, da dachte sich... Ey, ihr habt doch sicher alle das andere Kaiserspiel von mir gespielt, oder? Da gab es ja auch sowas. Have fun, my man. Okay. Okay, bin ich wieder am Anfang. Wenn ich von hier... Hier oben gehe, bin ich ja hier. Will ich ja in dem Sinne nicht wirklich, oder? Hier bin ich ja an der Sackgasse. Hier komme ich ja nicht weiter. Dann bin ich hier. Hier. Muss ja fast hier durch. Bin ich hier. Hier so. Bin ich dann wieder hier. Komme ich alles nach hier oben. Okay, hier bin ich in der Sackgasse. Weil nach oben kann ich sowieso nicht. Also ich muss hier durch. Dann war ich hier. Und dann komme ich hier ran wieder. Dann komme ich wieder hier. Hier. Dann komme ich hier ran. Hm. Nach unten bringt mir ja nichts. Aber nach hier oben würde ich ja kommen. Schon auf dem richtigen Weg würde ich jetzt mal brauchen. Ich kann ja nach hier, nach hier. Wenn ich nach unten gehe, wo komme ich denn hier hin? Bin ich hier. Bin ich hier rüber. Bin ich hier in diesem... Eiszipfel drin. Wenn ich nach hier oben gehe, dann bin ich dann wieder hier, wo ich nicht hin will. Hier unten, da bringt mich ja auch nicht wirklich weiter. Nein. Okay, hier bin ich also hier an dem Ort hier. Hier ist mir dieser Stein hier leider im Weg. Weil ich kann jetzt nur nach rechts, bringt mir ja nichts, oder? Hier komme ich ja nicht. Ich müsste ja ganz nach oben. Und hier komme ich ja nicht dran. Nach oben bringt mir das was. Also würde ich dann nach hier kommen. Oder dann hier wieder nach unten. Und ich wieder hier. Hm. Das ist jetzt die Frage. Nach unten bringt mir ja nichts. Wenn ich hier bin, bin ich ja wieder nur hier ganz oben. Bin wieder hier. Bin dann wieder hier. Wenn ich hier nach unten gehe, bin ich da. Bin dann so. Nein, das ist dieser. Bin ich wieder in dieser Steinformation hier. Hm. Ich glaube aber, dass dieser Weg bringt mich wieder alles zurück. Und bin ich hier. Ich glaube, wenn ich hier. So, hier doch. Oder? Wo komme ich? Wie komme ich? Da ist auch wieder kein Stein in dem Weg. Es ist Walreiser, das hier immer rumbrüllt. Nee. Ich glaube, hier bin ich wirklich nicht an der richtigen Stelle. Oder? So. Hier. Nee. Nee, das ist nicht korrekt. Ich bin wieder im Kreis gegangen. Die Frage, die sich hier stellt. Wie genau? Ich müsste es irgendwie schaffen, dass ich hier einen Umschlag machen kann, damit ich bei dem Stein, der rechts von mir etwas oben ist. Dort muss ich ja ankommen. Nur die Frage ist, wie ich das mache, wenn ich hier nach unten gehe, dann schlitter ich an allem vorbei, was ich... Ich müsste es eben irgendwie schaffen, dass ich... Ich müsste es eben irgendwie schaffen, oder dass ich... Nee, das ist ein gutes Rätsel, das muss ich ihm, das muss ich ihm lassen. Wenn ich hier rüberfahre, bin ich dann wieder... Könnte ich es gelöst haben. Sehr schön. Er hat es gelöst. Dann speichert er auch erst mal noch. Ach, Mensch, Junge. Also... Hat irgendjemand Blitz von euch dabei? Jawollah. Er hat es uns noch mal allen gezeigt, dass er keine Leute ausstehen kann. Oh. Er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann. Muss man ihm... Muss man ihm zugestehen. Okay. Ich mache es doch so. Ich werde mich zurückmelden, wenn ich vor Adrian stehe. Und bis dahin sage ich, Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.